Einen wunderschönen guten Morgen aus Osaka. Heute haben wir den 15. April 2019. Die Gruppenreise quer durch Japan neigt sich dem Ende zu. Der letzte Tag. Morgen fliegt meine Gruppe wieder zurück nach Frankfurt. Und für uns heißt es weiter in den Süden. Es geht auf die japanische Südüse Ushigaki. Musik 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 Hallihallo, nun sind wir hier auf Ishigaki, eine Südinsel in Japan. Pura-Wiederzeit hier auf Ishigaki, wir haben jetzt kurz nach 18 Uhr, ich habe im Gepäck eine Dose Bier und jetzt werde ich mir den Sonnenuntergang angucken und das hier und jetzt genießen. Pura-Wieder aus Ishigaki.